Lange träumte ich schon davon, mir im Januar eine Auszeit zu gönnen. Als Musiker ist der Dezember normalerweise voller Auftritte und Konzerte. Da tut eine Pause nicht nur gut, es ist mein Traum, die Lücke zwischen den Jahren einmal größer werden zu lassen. Nicht nur vom 24. bis zum 31. Dezember. Erlebtes verarbeiten und abschließen, neue Ziele finden und formulieren und erste Schritte auf neuen Wegen gehen. Am 2. Januar begann also mein Jahr nicht in Detmold, sondern 30 Kilometer entfernt in der ehemaligen Benediktinerabtei Marienmünster. Schon von Weitem erkennt man die schönen Türme der Abteikirche. Das Kloster begrüßt mich mit seinem schönen barocken Tor. Dort ist der heilige Benedikt dargestellt, der mir in diesen Wochen immer wieder begegnet. Er ist der Verfasser der ersten Ordensregeln um das Jahr 500. Auf diesen Benedikt von Nursia berufen sich die Benediktiner und letztlich alle Orden und Klöster des Mittelalters. Allerdings ist mein Hintergrund weniger religiös. Zum Mönch tauge ich gar nicht. Und so passt es auch, dass ich nicht in den historischen Klostergebäuden wohne, sondern gegenüber, in der Stipendiatenwohnung unterhalb des modernen Besucherzentrums. Das Kloster Marienmünster wurde 1128 von den Schwalenberger Grafen gegründet, die drei Kilometer entfernt in der sagenhaften Oldenburg lebten. Ein mittelalterlicher Wohnturm, der mich noch heute durch seine Schroffhaut beeindruckt. Ein bisschen wie die Burgen in Irland. Wie so viele Klöster wurde auch Marienmünster immer wohlhabender und im Dreißigjährigen Krieg ein begehrtes Kriegsziel. Komplett geplündert, niedergebrannt und zerstört, wurde es im barocken Stil ab 1661 wieder aufgebaut und erst 1803 aufgelöst. Zwar wohnten immer wieder mal Mönche an diesem besonderen Ort, aber seit 2015 hat die Klosterstiftung Marienmünster die Leitung hier. Heute ist das Kloster Marienmünster ein Ort der Ruhe und Einkehr, des Herunterkommens, um die inneren Batterien wieder aufzuladen. Ich habe viele Bücher zum Lernen, Lesen und zur Inspiration dabei. Ein Buch über Yoga, Meditation, über Kommunikation, ein Roman, Räucherstäbchen, die aktuelle Ausgabe der Psychologie heute, ein iPad zum Schreiben, ein holländisches Buch und natürlich viele, viele Noten für meine geliebte irische Folkmusik. Ich bin also vorbereitet für lange, einsame Abende mit meiner Tastenfiegel, der Nückelhaarpfad. Das irische Stück, der war The Dancer, hat es mir angetan und Tag für Tag, Stunde um Stunde übe ich. Genauso mühsam, wie ich mir neue Stücke und Stricharten auf meiner Tastenfiegel angewöhne, genauso mühsam muss ich erst in der Stelle ankommen und sie aushalten lernen. Es fängt an zu schneien. Alles sieht zauberhaft aus, aber es ist nun wirklich einsam und verlassen hier. Und die Landschaft erinnert mich ein bisschen an die ehrliche, schroffe Schönheit von Irland. Das mit dem Alleinsein ist so eine Sache. Wenn du es unbedingt sein willst, rennt dir die halbe Welt die Bude ein und wenn du alleine bist, kommst du kein bisschen darauf klar. So geht ein Gedicht von Julius Späte. Klöster suchten schon immer die abgeschiedene Einsamkeit und waren Übergangsstelle von Kultur und Natur. Ein kleiner Weg mit Schautafeln erinnert mich an die großartigen technischen und kulturellen Leistungen der Mönche. Schweinemast, Hausbau, Ackerbau, die Herstellung von Korken und Tinte aus dem Gallapfel der Eichen und natürlich die Herstellung von Büchern. Denn der heilige Benedikt befahl seinen Mönchen Ora et Labora et Leges, bete, arbeite und lies. Und dafür brauchten sie Bücher. Bis heute atmet der alte Abteigarten die barocke Pracht. Die alten Scheunen zeugen vom Reichtum des Klosters. Bis 2005 dienten sie noch der Landwirtschaft. Heute sind die Gebäude als Konzertsaal der Klosterstiftung Marienmünster ganz der Musik gewidmet. In meinen täglichen Spaziergängen erlebe ich die ruhige winterliche Landschaft und die vielen besonderen Orte, Berge und Schlösser. Zur Ruhe kommen, loslassen, still werden, mich öffnen, mich aufmachen und bei mir sein, den Weg nach innen suchen, mir selbst auf den Grund gehen, mein Innerstes erforschen, hier und jetzt ankommen. Auch in meinem Stück, Dever the Dancer, bin ich langsam angekommen und kann das Tempo steigern. Dever fängt tatsächlich an zu tanzen. In der Abteikirche von Marienmünster werden alle Willkommende heißen. Egal ob Christ, Kunstkenner oder Ruhesuchender. Die barocke Pracht erschlägt mich ein bisschen. Mein Bild von innerer Einke ist schlichter. Aber ich entdecke eine schöne Ecke, die der Jugendarbeit von Taizé gewidmet ist. Farbenfrohe Tücher und meditative Gesänge kommen aus Taizé. Kirchen streben mit ihren hohen Türmen zum Himmel, zu Gott, zu den Sternen. Eine schöne Skulptur entdecke ich auf dem Gelände. Von außen sieht es aus wie ein billiger Kirchturm aus Blech. Aber wenn man ihn betritt, man muss sich leicht verneigen, um hineinzukommen, sieht man durch kleine Löcher im Blech einen Sternenhimmel, der einen einsaugen möchte. Eine wunderschöne Idee, die man auch tagsüber die Sterne funkeln lassen kann. Im Besucherzentrum laden mich zahlreiche Bücher zum Inhalten ein. Meditative Texte und Anregungen für den Alltag. In der Mitte ein großer Holzkubus. Die Beschriftung entstammt dem Vorwort der Benediktregel. Höre, mein Sohn, meine Tochter, auf die Weisung des Meisters. Neige das Ohr deines Herzens. Nimm den Zuspruch des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die Tat. Ich bleibe standhaft und fleißig und übe weiter an meinen Stücken. Deva the Dancer hat es mit seinen Triolentrillern und mitreißender Melodie mir angetan. Wieder und wieder übe ich es, bis die Finger langsam die richtigen Töne finden und meine rechte Hand locker genug den Bogen führt, um die Triple, den irischen Triller, auszuführen. Langsam verschwinden die Eindrücke meines Alltags und ich tauche immer tiefer ein. Es fühlt sich an, als ob man aus einer Talsperre das Wasser ablässt und ehemalige Dörfer und Strukturen wiedersehen kann. Auch in mir kommen verschiedene Gefühle hervor, die ich eigentlich für überwunden hielt. Schöne Gefühle, aber auch unangenehme. Nach drei Wochen geht meine Zeit in Marienmünster zu Ende. Nicht alle Dinge habe ich beenden können, aber vieles auf den Weg gebracht. Vieles Neues in mir entdeckt und Altes wieder ausgegraben. Egal wie man es nennt. Achtsamkeit, Seelenhygiene, Retreat, Meditation, Waldbaden. Ich komme zu dem Schluss, ich habe hier keine neuen Erkenntnisse gewonnen, aber ich durfte die alten Erkenntnisse auf mein aktuelles Leben anwenden, anpassen. Beziehungen prüfen, hinterfragen, neu finden, beenden. Perspektiven prüfen oder neu entwickeln. Und das Stück, der war The Dancer, kann ich mittlerweile so schnell spielen, dass ich zur Aufnahme der irischen Musiker mitfiedeln kann. Das ist fast so, als wäre man in einer irischen Kneipe. Nur halt im Kloster. Im Marienmünster. 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 Im Marienmünster.